Hallo, mein Name ist Michael Wiege, Reporter im Selbstversuch. In diesem Film schlüpfe ich in die Rolle von Ghanesh Gamparty, einem angeblichen Einwanderer aus Rajasthan, um zu schauen, wie ich mich als Immigrant in meinem eigenen Heimatland fühle. Wie werden Einheimische auf mich reagieren? Anders als auf den Michael Wiege, wie werde ich die nächsten 30 Tage wahrnehmen? Werde ich mich als Teil der Gesellschaft oder doch eher als Außenseiter fühlen? Zumal einige meiner Verhaltensweisen als Ghanesh Gamparty für die Deutschen sehr ungewöhnlich sind. Und dieses Mal möchte ich testen, wie reagieren die Bürger auf Ghanesh Gamparty, den Einwanderer, der ganz euphorisch die Fotos seines Heimatortes Bangalore, den Leuten unter die Nase hält und so aufgeregt ist, dass er diese Fotos immer weiter zeigen möchte. Los geht's mit Ghanesh Gamparty. Und diese exotischen Fotos zeigen in der Tat sehr andere Motive als die hiesige Umgebung in Deutschland. Ich bin sehr aufgeregt, jetzt mein erster Kontakt als Ghanesh Gamparty mit einem Einheimischen. Guten Tag. Hallo. Okay, ich wurde gegrüßt. Das ist gut. Sehr schön. Sie sind so freudig schon. So freudig? Ja, das finde ich gut. Was löst die Freude aus? Das ist süß. Oh, okay, das ist sehr gut. Hier, das sind die Fotos von meinem Heimatort. Ja, das glauben Sie wohl selber nicht. Super, als Einwanderer löse ich Freude aus. Ein toller Start. Dürfte ich Sie kurz was fragen? Okay, Ghanesh Gamparty. Stößt zuerst auf wildes Gelächter und dann auf Ablehnung. Das hier sind die Fotos aus Bangalore, aus meiner Geburtsstadt. Wie finden Sie denn sowas? Dürfte ich Sie da mal fragen. Wie, das ist ein Elefantenparade. Wie finden Sie sowas, wenn man praktisch eine neue Mode hat, einfach mal andere Haarfrisur, andere Kultur, großes Gewand? Es ist so komisch. Also ich teste gerade, wie ich der Immigrant im Heimatland bin. Ja, durch die Kriege, die waren, war das ein humanistischer Zug, dass man die Leute reingelassen hat. Aber dann muss man es natürlich ja auch kontrollieren. So in etwa. Das haben ja viele Leute gesagt, dass es ein Fehler war von Frau Möckel. Ich finde aber nicht. Ich finde, es war ein sehr humanistischer Zug, weil es gibt nur eine Welt. Und wenn wir, wir sind ja auch verantwortlich für Rüstungsexporte. Und wenn wir praktisch das machen, dann muss man auch die Konsequenzen irgendwie tragen, überall. Können Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Immigration sehen? So ein Haupt, was Ihnen als erstes einfällt? Der Nachteil ist, es ist im Moment vielleicht eine Belastung für die Allgemeinheit, für die sozialen Systeme. Dann kommt schon das Positive. Es bietet ja auch Chancen. Also Chancen sind, dass man andere Mentalitäten, andere Kulturen, anderes Know-how, andere Ansichten auch kennenlernen kann. Interessant. Nach Alfreds Meinung ist Einwanderung sowohl Risiko als auch Chance zugleich. Und unglaublich, Alfred ist selbst Einwanderer. Ich bin selber emigriert. Ah, wir sind selber emigriert. Von Deutschland in die Schweiz. Ah, das ist ja interessant. Da kennen wir ja praktisch selber die Situation als Immigrant. Ja, die kenne ich auch. Wie ist das für Sie? Ja, am Anfang, es gibt ja immer auch Leute, die haben halt, die sind sehr reserviert oder die haben halt auch ein gewisses Bild. Ich möchte nicht sagen Vorurteile, aber halt auch ein gewisses Bild. In meinem süddeutschen Dialekt hatte ich, glaube ich, nicht ganz so viele Schwierigkeiten wie andere Deutsche, die in die Schweiz kommen. Und ich bin sogar Schweizer geworden. Also ich habe jetzt zwei Staatsbürgerschaft. Staatsbürger. Ja, ich bin jetzt Deutscher und Schweizer. Würden Sie denn sagen, dass praktisch Ihre eigene Situation als Immigrant, jetzt auch wenn es nur nahe über die Grenze ist, Ihre Denkweise selber verändert hat? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Ich habe heute so das Statement, dass ich eigentlich sage, der Nationalismus, das ist der falsche Weg. Eben, es gibt nur eine Welt. Und da, wo ich lebe, da bin ich Bürger. Aha, sehr interessant. Auswanderung als Mittel für mehr Offenheit? Vielleicht sollten wir alle mal woanders wohnen. Und es wird noch spannender. Wie hat sich das denn verändert bei Ihnen, seitdem Sie im Ausland wohnen, bezüglich Ihrer Identität als Deutscher? Ist die jetzt verschwunden? Nein, die zeigt sich...